3, 2, 1... Bring weiter! So hat man natürlich auf so einem Fest die Zahl vollkommen am Brennen. Und wenn man beim letzten ist, dann ist der erste wieder aus. Vom Weitem sieht man jetzt die Künfte auch deutlicher kennen. Wir werden hier das zweite auch nicht halb. Ja, sehr gut. Wir haben die Angelegenheit und die Künfte auch nicht halb. Wenn wir die Künfte auch nicht halb, dann müssen wir die Künfte auch nicht halb. Dann können wir die Künfte auch nicht halb. Und dann können wir die Künfte auch nicht halb. Und dann müssen wir das zweite Mal reinhalten. Immer mehr. Ja, wir werden die Künfte auch nicht halb. Ja, wir werden die Künfte auch nicht halb. Ja, wir werden die Künfte auch nicht halb.